Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video von Fortnite Battle Royale, mit mir Dr. Genickpo und hoffentlich werde ich in diesem Video noch diesen Wolfi freischalten, zur nächsten Stufe von Wolfi hier. Also, ja, ich bin jetzt bei der zweiten Stufe dann beim Wolfi, ich glaube ab der nächsten Stufe dann, oder bei der übernächsten, kriegt man dann ein Schwert. Also, ich zeig's hier mal. WTF? Okay, das muss ich, glaube ich, rausdrucken und schneiden. Egal. So, laden. So. Laufen wir schon mal ein bisschen voraus. Ja, komm, laden wir mal. Uhhh. Ja, da waren wir schon lange nicht mehr. Bei dem, äh, oh, scheiße. Ja, Mann. Gehen wir mal raus. Gibt schon wieder irgendein Paul Berger auch mal mit. Regenbogenfarben, ob der ja mal. So, jetzt mal ein bisschen anfangen, das Wolfskin mit dem Umhang dabei. Wie ihr seht. Ja, hoffentlich schaffen wir jetzt ein Video, den Wolf auf der nächsten Stufe zu kriegen. Ist hier was? Ja. Jetzt mal abbauen. Also seht, das ist leider ein bisschen mit beschissenere Grafik. Das tut mir eigentlich gar nichts dafür, aber... Ja. Ich werde euch an Xbox oder so kommen. Ne. An Mixer. So, da haben wir schon mal ganz gute Waffe. Wir werden auch Tomato-Tempeln. Gucken wir mal, was da los abgeht. Was da los ist. Also der Busch kann man auch ein bisschen campen hier, aber machen wir natürlich nicht. Was ist denn da? Eine schöne Igel. Ah, der kommt mal direkt davor. Ah, jetzt machen wir wieder hier eine chillige Solo-Runde, weil ich ja schon lange keine mehr gemacht habe, glaube ich. Keine Ahnung. Letztes Video war der Call of Duty. Ich habe jetzt mal schnell geguckt, wie gut es angekommen ist. Vielleicht eigentlich, keine Ahnung. Ist auch jemand gelandet. Ja, sieht so aus. Jemand, glaube ich, hat das Video mal mitgespielt. Äh. Ja. Dieser Frechdachs. Ich konnte nämlich zu schnell eliminieren, ey. Jetzt hat er noch richtig gerne Nose gehen, der Digga. Okay, nix. Der Versuch. So, machen wir weiter. Ähm. Fehlerbeispiele suche ich. Ja, Mann. Okay. Versuchen wir jetzt nochmal. Ich muss es vielleicht dann, glaube ich, ausschneiden. Keine Ahnung. So, was ist alles im Shop? Item Shop heißt er jetzt. Ich weiß nicht, ob es jetzt Item Shop heißt. Das käypte von einem Typ zu dir. Wir haben ein bisschen Girlos hier. Spitzsacke. Das Geschenk kaufen. Ich brauche es erst mal selber. Das ist ein bisschen schwul aus, der Typ. Naja. Wieso geht das jetzt nicht? Spielen. Starte. Das Spiel. Okay. Ich esse. Ach so. Diese Stufe in der nächsten Schule, dann kriege ich das Katana. Ach so. Jetzt habe ich es kapiert. Und nächste Stufe. Hoffentlich kann man den Wolf nächste Stufe noch leveln. Also nächstes Season, meine ich. Der ist nämlich ganz geil. Nämlich die, wo dann nicht so viel gezockt haben, die können dann den auch bekommen. So wie ich. Oh, ein Weihnachts-Skin. Also ich würde es auch so machen, dass, so wie beim Ragnarik, dass man den Next Season leveln kann. Und es ist voll dumm, dass man mal wieder von Anfang an anfangen muss, ihn zu leveln in Wolf. 250 EP. Oh nein. 1000. Ja, kommt nochmal an Tiltow. Es wird ja Glück versuchen hier. Ach. Die Litauers. Ja, da gehen schon mal ein paar hin. Ich gehe mal, glaube ich, in die Geheim-Geheim-Garage. Okay, ganz schnell rein vor uns. Ist jemand bemerkt? Okay, unsere Tradition. Ist ja nicht schlecht. In die Kiste. Ja, ist eigentlich ganz okay, der Loot hier. Ja. Ja. Wir haben ja so einen News-Ginner-Us gelöscht hier. So. Ja, da hast du sicher auch, der wäre Barack Obama. Die neue ist besser. Perk Obama. Okay, ich glaube, der ist noch nicht weit gekommen hier. Dann machen wir das Haus nochmal looten. Ordentlich. So, nochmal kurz verbinden. Wenn ihr mehr fortanziehen wollt, gebt doch mal einen Daumen nach oben. Oder so, keine Ahnung. Schlechte Qualität ist ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt nicht besser. Ich glaube, jetzt nächstes wird der Reddit-Online-Modus kommen am Freitag, glaube ich. So in zwei Tagen wahrscheinlich werde ich dazu erst ein nächstes Video machen, glaube ich. Online-Service. Also, eigentlich sage ich schon draußen. Aber nur für die Ultimate Edition und keine Ahnung, was da noch gibt. Ja, nur für die Ultimate Edition. Ich habe es ja erst später gekauft, deswegen... Ich hätte auch schon am Donnerstag, also... wenn dieses ME rauskommt, morgen spielen können, glaube ich. Aber daraus wird nichts. Ich habe jetzt... Oder vielleicht schon. Das wäre geil. Das Gebäude könnte man jetzt diese abbauen, ey. Die kommen nicht hoch anbauen, Mann. Welcher Freitagsbau denn da? Oh. Was ist der denn? Okay, ein Fallblätzchen. Was ist der? Aha, da ist ein Freitags. Bumm, 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 bumm. Ah, fuck, ich dachte, wir doch... Hübsch, Mann. Was macht der? Okay, er ist kaputt. Ich habe ihn kaputt gemacht. Kleiner Frischdachs. Okay, da kommt noch so ein Frischdachs. Das habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich keinen Spitz und so anhatte. Ja, ich anhatte. 250 kann es nicht ganz reichen. Ich guck mal nach. Ähm... Ich guck nicht, dass es reicht, wenn ihr auf dem Vollinterzept mehr glaube ich 700. Ey, noch nicht also die nächsten Level. Mach schon schnell. Das ist ein bisschen Video. Und ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.